Du hast gehört, was ich gesagt habe, ne? Nein, dass du es nicht geschafft hast. Ich habe es geschafft. Das war ja eine Tutur eben. Nein, die Fresse, ey. Aber in einem Part habe ich das gleich geschafft. Okay, dann ist er erst da. Das habe ich ja geschafft. Ach ja, das geht. Ist ja nur noch mit unserem Schloss jetzt auch noch. Ah, es hört ja noch was. Guck mir ja auch. Level wird jetzt schlimm. Wie ist das denn? Wollt ihr mich verkack eiern? Wollt ihr mich verkack eiern? Klar. Wollt ihr mich verkack eiern? Jetzt habe ich das zurückgespult, ich Idiot. Wollt ihr mich verkack eiern? Bei dem Level hier. Nö. 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 Oh. Fuck. Teilst die Wand an. Fuck. Teilst die Wand an. Fuck. Teilst die Wand an. Fuck. Nee das geht doch nicht. Oh. Öhe. Keine. Wi neural ab 29om Blub 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 bl znaczy ah ah blog. Ach du Kacke. Blub 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 blab blub blub. Danach kommt ja dieser kubische Feuertyp. Welcher Feuertyp? Der mit seiner Angel! Ja, ich weiß. Habe ich doch gesagt, der Flammpuppi Nein! 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 Wow! Fuck! Nein! Nein! Runter da! Nein! Ach ne! Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Sag mir nicht, dass ich den damit abwerfen muss! Nein! Ist ja nicht so, dass ich dir das beim letzten Mal schon gesagt habe! Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Hm? Was meinst du, was ich gerade für Probleme hatte? Ah, da kommt auch noch ein fetter Geist oder was? Du musst abzumeißen, den Geist! Ach sooo! Nicht den Flammtypi! Idiot! Was denkst du denn? Das hätte man auch noch mal sagen können! Hab das doch gesagt! Ey, es reicht ja schon, dass der Flammtyp da ist, ne? Da müssen doch Geister auftauchen! Ja! Und diese komischen Dinger! Welche komischen Dinger! Die da auch noch auftauchen! Du meinst ja, du meinst jetzt die fliegenden Geister da! Ja, ja, ja! Ja, das reicht mir auch schon! Ja, ne? Kacke ja jetzt schon beim ersten! Jetzt kann ich wie man den am besten packen soll! Hab da noch keinen Trick gefunden! Boah! Boah! Weihnachtsessen! Okay, die Drecksau! Und das... Hä? Ey, wie soll das denn klappen? Ey, wie soll das denn klappen? Dann ist danach geschafft oder was? Wie geschafft danach? Nach dem Geist? Wie? Ach, das Geisterlevel ja! Das geht immer noch weiter! Hm... Alle vier Steine an seinen Kopf? Drei! Dreier! Hm... Okay! Deinen krieg ich schon immer hin! Geht doch gar nicht so! Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Ich bin ne Verarsche, ehrlich! Hier, du mein Kuba! Nee, da blech ist doch gar nicht so harness! Dööööööööööö. ается Und das drone kennt Ihr Schicked! doch gar nicht das kriegst du nicht hin ist einfach zu schnell runter ich mache einfach mal hier ein glück einfach glück safe hier kommen scheiß drauf hauptsache du hast vor der röhre noch gezeigt vor der tür komplett durch warum er will uns nicht schafft ich habe also ich habe einen wo ich noch stehe auf dem ersten block die brauchst du nämlich und du hast bestimmt die letzten die vorletzten gerade in der hand ja so ist auch gemacht irgendwann habe ich so geschafft um zu treffen wie soll das gehen den habe ich jetzt übersprungen das heißt ich kann verfolgt er mich oder was ist los mit dem der typ auf seine eier verfolgt was passiert wenn ich den dritten an seinen kopf werfen habe ich dann auch bekomme ich dann automatisch weiter oder falle ich irgendwo hin und ja was ist wenn ich den dritten geschafft habe auf ein stehen bleiben auf einem block und verreckst du trotzdem okay ich dachte wenn jetzt ich jetzt irgendwo runter falle oder wenn ich auch gut aber klappt nicht der klappen kann weiße hast du wenigstens 10 fertig dann kannst du hätte hätte fahrradkette alle durch zeigen okay so ach komm wirklich da die folge eh gleich zu ende ist komme ich mal ganz kurz bei emero rein so den haben wir jetzt auch geschafft kommen wir noch her die flamme die gibt mir gerade tierisch offen sagt den rhythmus und der auszufinden egal dass sie bewegt sich so wie du dich gerade bewegst deswegen ja so paranoid safe hier wo kommt doch einfach hergeist ganz ehrlich fertig ich hab's geschafft ja einfach geschafft 625 sekunden noch übrig continue and safe auf